Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth mit mir Ed Wegmann. Beim letzten Mal hat Yves es geschafft, uns, naja, ich weiß nicht was Yves da gemacht hat, aber sie hat uns auf jeden Fall überrascht. Und heute? Blue Baby? Oder Isaac? Ich hol mir mal den Isaac. Und probier da mal aus, wie weit ich komme. Weil bei dem haben wir es noch nie durch die Shield oder durch die Cathedral geschafft. Also, ja, probieren wir es doch mal, denke ich. Spider-Bud. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Boah, der Spider-Bud. Der ist zwar ganz gut, aber es ist auch nur der Spider-Bud. Ja, also ganz ehrlich, ich bräuchte den Spider-Bud so jetzt nicht. Sorry. Ich würde jetzt sagen, der Raum wäre gefährlich. Ist er aber gar nicht. Jetzt hab ich mir die Arbeit ein bisschen abgenommen, weil es eben ein großer Raum ist. So. Jetzt liegt da eine Bombe drin, an die ich nicht rankomme. Ein Herz. Jetzt würde ich doch noch gerne den Spider-Bud aufladen. Oh, so gut, dass der dann doch nur zwei braucht. Ja, super. Habt recht. Ja, that's what I'm talking about. Gut. Ne, das hier ist eher schäbig. Dafür hab ich eine Bombe weggeschmissen. Das ist also wiederum ein bisschen schade. Gut, was haben wir hier unten? Irgendeinen Raum? Ja, Wrath. Hey, na? I'm gonna get you. Ne, das hat nicht so gut geklappt. Das hingegen schon. Ja, jetzt haben wir unsere zwei Bomben wieder und eine Münze. Hm, ja, Wrath-Kämpfe sind wohl nicht die, wo man die meiste Ausbeute irgendwie bekommen kann. Also, ja, dann ist es halt so, denke ich. Haben wir es eben geholt. Ähm. Es gibt sonst nichts zu tun. Sogar, ich, ich hab's schon versucht. Sehnsüchtig. Oh, hör doch auf. Ah, ja. So. Gott, der ist ätzend. Oh. Und Halleluja. Ja, HP up. Das ist ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Nächster Floor. Wir sind im Cellar. Okay, der Cellar. Der Dachboden. Nicht meine allerliebste Lieblingsstelle im Haus. Aber naja. Die Monster Fibel. Monster Manual. Jupp. Das ist doch schon was Gutes. Ich hole sie mal mit. Aber ich weiß nicht, wofür die jetzt so von Nutzen sein wird. Okay. Dann gehen wir noch in den... Ich hab keine Schlüssel mehr. Äh, halb so wild. Hoffentlich bekommen wir noch welche. So. So, so, so. Äh, joa. Bringt mir im Endeffekt ja doch nichts, weil ich ja einen Schlüssel brauch. Ich bräuchte einen Schlüssel. Oder... ganz gewitzt... Nope. Dann wohl doch keinen... Schreinbomben hier. Ach, okay, dann hab ich wenigstens mal zwei Bomben wieder. Ich könnte um einen Schlüssel spielen. Es wär mir aber nicht... ...garantiert genug. Ne, 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 ne. Das letzte Mal direkt sein, du. Ja. Aha. Da haben wir unseren Schlüssel. Dann können wir auch in den... Schrop. Und wenn wir Glück haben, ist es sogar ein gutes Item. Yeah. Und... Joa, die Map ist, äh, tatsächlich ganz gut. Mit der Map komm ich klar. Und dann spenden wir noch ein bisschen was. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Mit dem Monster-Manual gehen wir dann auch... ...hier gegen Pin. Oh Gott. Ja, das, äh... ...ist mir klar, dass das nicht so toll war. Aber es hat Schaden gemacht. Und das ist nicht zu knapp. Hey. Screw. Hey. Drei rote Kisten. Tele-Pilz. Danke. Oh je. Ähm. Ich weiß nicht, ob das Monster-Manual das wahre ist. Ich glaube, ich gehe... ...nochmal mit dem... ...Spider-Bud. Mass-Enemy. Slow-Down. And Damage. Damage. Hm. Dann holen wir noch die Pille. Schluck Bombser Key. Das ist ganz gut eigentlich. Ähm. Da wir ja gerade keine Schlüssel hatten. Zwar jetzt haben wir keine Bomben. Bomben. Aber... ...das wird wohl... ...unser kleinstes Problem sein. Denke ich. Gehe ich mal von aus. Äh... Ja. Apropos kleines Problem. Curse of the Lost. Ätzend. Oder wie er es hieß. Ich glaube, Curse of the Lost. Auf gut Deutsch bei uns. Im Binding of Isaacland. Im Niger. Amnesia. Niemand mag Amnesia. Niemand. Ähm. Deswegen. Gut. Den Schlüssel haben wir wieder. Das ist sehr gut. Und die Bombe. So. Zack. Erwischt. Hier ist nischt. Hier ist aber ne Spiel. Hier ist... Sperren uns nicht so auf die Folter. Ah, da werden die spinnen. Aber ganz gierig, du. Set Bombs. Tier Blasts plus 5 Bombs. Tier Blasts? Ich hab keine Ahnung. Da drüben liegt Cancer. Wollen wir Cancer? Cancer ist eigentlich recht gut. Aber... Ja. Ich hol's. Ich hol's. Geil. Geil, 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 geil. Yay, Cancer. Oh, je. Hm, okay. Oh, Gott. Hör auf. Mensch. Mensch, das Kind. Ne. Gut. Da hoch lohnt es sich leider nicht. Wir haben nur drei Münzen. Ich hab... Es lohnt sich für mich nicht, nach einem, ähm... Secretum zu suchen. Dafür haben wir zu wenig Informationen. Und ja. Deswegen machen wir's nicht. Reicht schon das? Oh, Gott. Nicht unbedingt schwierig, der Raum. Einfach nur eine Geduldsprobe. Ja. Eine... ... ... ... ... ... ... ... Ich muss mal ganz kurz hier überhaupt mal gucken. Wo geht's denn weiter? Nur da. Ah, da ist der Bossraum. Der Magician. May you never miss your goal. Ah, um zu gucken, was wir hier bekommen. Es ist der letzte Raum. Also. Ah, okay. So, jetzt können wir die nächsten... ...unsere zwei Items, äh... ...benutzen. Ah, hier geht's auch runter. Hm. Hm. Au. Au. Judgment. Yay. Portable Slot Machine. Spider-Bart. Da ist mir das Spider-Bart mal... ...ja, mal mehr wert... ...als diese... ...Portable Slot Machine. Die Magician gegen, ähm... ...Gurdy zu benutzen, ist vielleicht, äh... ...nicht unbedingt... ...beste. Oh, verdammt. Ah, aber es ist auch nicht so tragisch jetzt. Ja, ich bin ganz ehrlich. Das hier ist auch kein guter Run. Bei weitem nicht. Ich hoffe nur, dass ich nicht... ...wie gerade eben... ...damit kämpfen muss, überhaupt... ...ähh... ...an Mom vorbeizukommen. Das war ja... ...also... ...für euch gestern... ...für mich gerade eben... ...das war... ...also der gerade eben... ...der gestrige Run... ...boah... ...ätzend... ...aber, also... ...ich weiß nicht. ...aber wir kamen weit... ...wir kamen sehr weit... ...Cathedral geschafft... ...mit Eve... ...also... ...Bombe... ...ähh... ...ja... ...apropo Bombe... ...ich weiß nicht, wo ich diese... ...wunderschönen Bomben überhaupt einsetzen soll... ...das wäre schon fast eine Verschwendung... ...oh... ...Gott... ...ich brauch unbedingt... ...ja... ...gerade das glaube ich nicht... ...ah... ...egal... ...einfach weiter... ...ahhh... 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 ...man... ...kurz strecken... ...ahhh... ...Catakombs... ...Dors... ...Dors... ...ahhh... ...wir... ...ja bestimmt... ...wir haben uns ja die Karte gekauft... ...da hatten wir grad eben nicht viel von... ...uuuund... ...ja... ...Tschüss... ...oh je... ...so... ...den haben wir auch erledigt... ...und hier ist rein gar nichts... ...ähm... ...ahhh... ...okay... ...gut... ...ja... ...nej... ...also... ...Spiderbutt... ...so schnell wie es geht... ...weg... ...das gleiche... ...ähhh... ...wir brauchen unbedingt ein Damage... ...oder ein Speed-Upgrade... ...ohhh... ...ähm... ...so... ...dann noch von der Seite ein bisschen Schaden machen... ...die halten so viel aus... ...das ist ja ekelhaft... ...und... ...da war es nur noch einer... ...ahhh... ...endlich... ...oh ne... ...ne von dem bin ich ja gar kein Fan... ...obwohl... ...so schlimm sind die nicht... ...die springen nicht so viel... ...das ist ganz gut... ...die sind... ...die sind okay... ...ich habe sie... ...akzeptiert... ...Sister Maggie... ...mh... ...nicht das... ...was ich wollte... ...nachher ist Sister Maggie stärker als wir... ...wie doof er das denn... ...weil... ...ups... ...falsch... ...wir sind nicht stark... ...wir sind sogar äußerst schwach... ...ähm... ...das ist das Problem an diesem Run... ...dass wir eben äußerst schwach sind... ...waa... ...ok... ...um... ...so... ...yeah... ...that's what I'm talking about... ...nah... ...ok... ...und... ...ach... ...dein Ernst... ...mhm... ...ok... ...es geht... ...ich... ich weiß nicht... ...es... ...eigentlich ist das hier alles nicht toll... ...das war ganz und gar nicht... ...ähm... ...na... ...hups... ...jetzt kack der... ...oh komm... ...ich war auch noch nicht mal annähernd da dran... ...jetzt wird es aber hier echt lächerlich... ...ja... ...ja... ...ok... ...das war jetzt... ...mein... ...fehler... ...all alone... ...mhm... ...ne... ...aber das mit der Kacke... ...das... ...unerhört... ...ja... ...ich brauche kein... ...helf ab mehr... ...es reicht... ...ich bräuchte langsam mal ein Deal with the Devil... ...damit ich mal... ...loslegen kann... ...ah... 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 ...ähm... ...bisschen frustrierend ist das hier schon... ...hohohoho... ...oh man... ...ah... ...diese scheiß Gegner... ...nee... also... ...nee... einfach... ...nee... ...jeden ist nix mehr... ...ohhoho... ...mhm... ...dammit. bam 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 okay dann gehe ich ja genau herunter um nach dem zu suchen der hier nicht ist die mal ein bisschen freier machen verdammt nicht das was ich vor hatte also das mit dem mich selber bomben und ich habe weder einen raum gefunden noch sonst irgendwas also das ist nicht gut es läuft nicht gut keinerlei anzeichen auf ein item meiner wahl ich muss ganz ehrlich sagen das einzige gute item was wir bis jetzt kommen bekommen haben was wirklich nützlich war war die karte selbst die hilft mir auch nur bedingt weiter wenn sich wir sind immer noch gut oder isaac isaac vanilla purity oh 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 ah danke speed down ernsthaft wenigstens haben ein schlüssel gefunden und da ist auch schon die benutzung des schlüssels und bullshit crystal ball das ist scheiße ich hole ihn aber mit obwohl der crystal ball wieder nur ein weiteres spacebar item ist ist doch alles ätzend obwohl es nur ein weiteres spacebar item ist au opsala kann es mir wenigstens rein theoretisch was gutes bescheren wie zum beispiel ich kann es ist fungiert als art compass für mich jetzt im moment so dass ich weiß aha da ist der secret room da ist der shop da ist der boss ebenso ist die chance eben einfach oh shit ja das das habe ich kaum sehen ist die chance auch gut so dass ich blaue herzen oder karten bekommen es ist aber immer noch hat es hat nichts mit meinen stats zu tun es ist ja wenn es hochkommt ein help ab wenn es hochkommt und das tut es nicht das sieht einfach nicht gut aus da ist nichts dran zu rütteln ein leerer raum schick the cage schick oh mensch hm ja oh es wenn ich das hier jetzt ich will das hier jetzt echt nicht verlieren du das wäre super peinlich oh nein oh nein oh nein oh nein da unten ist ein dark heart ich habe so viel hp mir fehlt eigentlich nur ein devil room ein deal with the devil den hätte ich jetzt gern bekomme ich den sicherlich nicht was denkst du dir oh man ist mit einer bombe ausgewichen ja ok vielleicht war scheiße war die auch nicht sonderlich gut platziert aber wow ah knapp aber trotzdem schade was gibt es doch nicht jetzt geh mal von mir weg alter boah magic eight ball die wollen mich doch flachsen komm ach das ist doch alles scheiße menschens kinder was ist denn los das ist Bullshit das ist einfach Bullshit oh curse of the blinds ich komme nachher drauf zurück ähm oh hey na hey 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 na hey und ich bekomme rein gar nichts dafür ja ah schön oh letzte chance treasure room letzte chance mir was zu bieten was ich nun ansatzweise retten kann au ich hätte jetzt gern sowas von mir aus ist weißt du genau das hätte ich gern genau das bitte bitte mom's bottle of pills explosive diarrhea habe ich die tower eigentlich mit gut nein verdammt die tower wäre bei einem bosskampf richtig gut gewesen richtig richtig gut ganz ehrlich Bullshit alles hier alles zusammen B to the s und ich kann nichts dagegen tun das ist das traurigste von allen es liegt ja noch nicht mal an mir was soll ich denn hier machen ah 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 mh 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 j mh 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 woh Jopp. Au. Es ist... Ich versuch's irgendwie schon gar nicht mehr. Es tut mir auch leid, dass ihr euch das hier auch antun müsst. Das hier ist miserable. Oh nein. Das tust du nicht. Lass es sein. Auspfeu-bar. Eine. Noch. Eine kleine Münze. Ich würde die ja am liebsten jetzt einfach kacken lassen. Weil die Chance da ist, dass da eine Münze drin ist. Aber das wäre mir zu gefährlich. Nope. Nichts. Eine Münze. Und sollte ich mal das Beste sagen. Ich hab keine Bombe. Ich habe keine Bombe. Und ich hab immer noch keine Bombe. Das ist... Unglaublich. Einfach unglaublich. Ähm... Ich guck, dass ich irgendwo eine... Entweder eine Bombe oder eine Münze herbekomme. Ja. Wenn ich das gemacht hab... Komme ich wieder. Und gehe in den Shop. Und wenn ich dann im Shop war... Hoffe ich, dass das gekaufte Item von mir... Letztlich nicht nämlich kaufen werde, wenn ich im Shop bin. Gut ist. Und nicht schlecht. Und kein Space-Bar-Item. Gott, ich kann nicht zwischen Tausenden von Space-Bar-Items umher... dackeln. Ah... Gott sei Dank! Okay. Dann... Schauen wir mal rein. Steam Sale. Es war nur... Ein Steam Sale. Oh Freunde. Oh Freunde. Bringen wir es hinter uns, Mom. Bringen wir es einfach hinter uns. Bringen wir es einfach hinter uns. Au, komm schon! I call Bullshit on that. Das ist da oben sogar Leben. Dann wird er. Ähm... Chanken! Mäh Au Matonissu was Ach Verdammt Oh man Da ist Mami ja schon wieder Polaroid Okay Und Ja Wenn Also so wie es jetzt im Moment aussieht Schaffen wir das ganz sicher nicht Wir haben Ich kann es ja mal kurz zeigen Nichts Helf ab, Helf ab, Helf ab Ist das da auch ein Helf ab? Ich weiß es gerade nicht Steam Sale Steam Sale Sister Maggie Diese Tränenbomben Ohne Bomben Die Schraube Crystal Ball Wenn ich die noch nicht gesagt habe Und die Magic 8 Ball Ich weiß gerade nicht was das Viereck da ist Neben dem Knochen Das habe ich wohl vergessen Was das ist Aber es kann auch nichts Unglaublich tolles sein Also ganz ehrlich Dieser Run Boah Da muss jetzt noch einiges passieren Das ist ein Run Da würde ich mir so ein Ach natürlich wurde ich getroffen Da würde ich mir so ein Würfelraum wünschen Aber Das war knapp Gehen wir mal ganz ehrlich Gehen wir nicht davon aus Die kommen nur wenn du es nicht willst Das ist scheiße Das ist ganz ganz große scheiße Okay Nochmal gerade gerettet Und jetzt kann ich ja noch Die besten Gegner Ever Töten Die besten Ihr seid das Beste Was mir hier passiert Ich tue so gut 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 The lovers Das ist ganz gut Glaube ich Ja ist es Ist es Da oben Könnte noch sein Dass irgendwie ein Special Raum Da ist Nein Nein Natürlich Ja Ach Das ist Ja Ähm Ich war zu schwach Um die schnell genug zu besiegen Dieser Run Ist wahrscheinlich der miserabelste Run Den ich jemals hatte Und ich hatte schlimme Runs Das war Das ist wahrscheinlich der Run Wo ich sage Nee Bitte nicht Bitte nicht Mein Name ist Ed Wegmann Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es heißt Let's play on your horse Rebirth Hoffentlich Das nächste Mal Ein bisschen besser Bitte Bitte Ich habe nicht viel verlangt Aber Naja Bis dahin Ich habe nicht viel verlangt Bis zum nächsten Mal.